Ja, und jetzt heißt es wieder mal sportfrei bei uns. Wir haben zwei tolle Geräte für Sie, die Ihnen wirklich es einfach erleichtern, Sport zu machen. Wo man eigentlich fast schon gar nicht merkt, dass man überhaupt Sport macht. Aber die Erfolge sprechen für sich. Ralf ist da immer unser bestes Beispiel, der so viel abgenommen hat, das ganz ohne Jojo-Effekt. Wie gesagt, zwei tolle Geräte, die könnten bald Ihnen gehören. Und Sie müssen dafür nicht mal mehr ins Fitnessstudio, oder Vivian? So sieht es aus. Sport können wir jetzt nämlich zu Hause machen. Und das Schöne ist, dass wir in dieser Sendung wirklich zwei verschiedene Modelle für Sie haben. Damit auch jeder zu Hause genau das richtige Produkt, genau das richtige Sportgerät für sich findet. Beginnen wollen wir so ein bisschen mit dem Konditionstraining. Und da ist ja Fahrradfahren das absolut Beste. Zum einen für die Gelenke, für die Muskulatur, für die Durchblutung und einfach generell für das Wohlbefinden. Und liebe Zuschauer, wir haben ein ganz besonderes für Sie. Wir haben nämlich einen Schwung-Massen-Heimtrainer. Und auf dem habe ich bereits einmal Platz genommen und trete hier auch schon ordentlich in die Pedale. Denn das macht einfach Spaß. Und liebe Anne-Kathrin, man kann draußen Fahrrad fahren. Ja, man kann. Je nachdem, wie das Wetter ist. Genau, man ist halt immer so ein bisschen wetterabhängig. Ich wohne in der Großstadt, ich wohne in Berlin. Ich lasse das Fahrrad zu Hause stehen. Ich traue mich nicht mehr auf die Straßen. Es ist ein bisschen verrückt, im Berlin Fahrrad zu fahren. Aber seitdem ich diesen Trainer habe, kann ich beides kombinieren. Ich kann wieder Fahrrad fahren. Ich kann wieder wirklich meine Muskeln an den Oberschenkeln aufbauen. Aber ich kann natürlich auch ein bisschen was für die Ausdauer tun. Und das bequem vorm Fernseher. Richtig. Ich lasse das Fahrrad zu Hause, hast du schön gesagt. Und genau so ist es letztendlich auch. Denn liebe Zuschauer, diesen Schwung-Massen-Heimtrainer, den haben Sie zu Hause. Und da können Sie ganz bequem trainieren. Und das Schöne ist, dass der Sport hier auch wirklich super einfach fällt. Denn diesen Schwung-Massen-Trainer, den können Sie ganz einfach vor Ihren Fernseher stellen, wenn Sie möchten. Oder über die Ablage, die hier integriert ist, einfach mal ein schönes Buch lesen. Und dafür fliegt die Zeit einfach wirklich nur so vor sich hin. Auch mit dem Tablet kann man hier schön natürlich einen Film schauen und dabei ordentlich in die Pedale treten. Wir haben hier einen Heimtrainer für gelenkschonendes Training. Mit einer Halterung für Tablets bis 14 Zoll. Okay, dann einfach hier rein, ne? Genau, auch über dem Buch. Wir haben hier so kleine Halteklemmen. Da können Sie das einfach einmal drunter schieben und dann dementsprechend befestigt lassen. Dann haben wir hier ein magnetisches Bremssystem. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Das ist ganz leise, dieses magnetische Bremssystem. Stimmt, man hört gar nichts. Kannst du noch mal ein bisschen treten? Ja, achte. Und ich halte mal mein Mikro dran. Man hört nichts. Man hört wirklich nichts. Das ist erstaunlich. Gerade wenn du zur Miete wohnst und hast vielleicht unter dir noch Nachbarn, die das nicht hören sollen, ist das natürlich genial. Absolut. Also man hört hier nichts. Ein magnetisches Bremssystem, das auch hier wieder sehr gelenkschonend ist. Das heißt, wir gehen hier nicht fest in die Bremse, sondern diese Magnete bremsen dann dementsprechend ganz langsam wieder aus, sodass man hier dann einfach an Geschwindigkeit verliert und ganz, ganz sanft zum Stillstand kommt. Zudem acht Widerstandsstufen, die wir einstellen können. Denn Anne-Kathrin und ich, wir haben uns bereits vor der Sendung mal unterhalten und haben so gesagt, ja, zum einen haben wir hier das Konditionstraining, aber zum anderen auch den Muskelaufbau. Gerade natürlich hier im Beinbereich, Beinbizeps, Wadenmuskulatur, hinterer, unterer Rücken und natürlich auch die untere Bauchpartie. Und liebe Zuschauer, wenn Sie diese Widerstandsstufen wählen, fangen Sie leicht an, machen Sie erstmal was zum Aufwärmen, so ein kleines Warm-up, treten Sie erstmal ganz entspannt in die Pedale und dann dementsprechend hier am Drehregler auch gerne mal auf eine hohe Widerstandsstufe gehen, um die Beinmuskulatur dann dementsprechend zu stärken. Liebe Zuschauer, das ist ein absoluter Bestseller, den wir Ihnen hier präsentieren. Die TV-Sonderpreismenge ist dementsprechend leider ausverkauft. Das heißt, Sie bekommen es jetzt wieder zum regulären Pearl-Preis von 139,90. Wobei ich sagen muss, auch das ist ein super Preis. Überlegen Sie mal, was man im Fitnessstudio so ausgibt. Da hat man ja eine monatliche Gebühr von 60 Euro. Das heißt, innerhalb von drei, vier Monaten hat sich das locker wieder amortisiert. Da sollten Sie wirklich ganz, ganz schnell zugreifen, bevor wir dann diesen Bestseller nicht mehr haben, bevor der ausverkauft ist, weil wir Ihnen dann eben nicht sagen können, wann wir die nächste Menge wiederbekommen. Der ist ganz platzsparend zusammenklappbar. Das ist auch ein großer Vorteil, weil viele Home-Trainer, die stehen dann irgendwo in der Wohnung als sperriges Gerät rum. Den kann ich wirklich ganz klein zusammenklappen. Und deswegen haben viele gesagt, oh Mensch, super, da greife ich doch zu. Ganz genau, schauen Sie sich das mal an. Gucken Sie sich das an. Achtung, das ist wie ein Bügelbrett, das muss man wirklich sagen. Wir haben ja einmal in der Mitte natürlich diese Schraube. Und über die kann ich dann den Heimtrainer ganz einfach ausfahren. Stimmt, wie ein Bügelbrett. Oder dann dementsprechend hochklappen, zusammenklappen und dann einfach hinter der Tür verstauen oder einen Abstellraum. Liebe Zuschauer, 1,6 Kilogramm Schwungmasse, die hier ordentlich in Bewegung gebracht werden durch Ihre Bewegung. Und das ist wirklich sensationell. Wir haben hier unten an dem Pedal noch alles für Ihre Sicherheit. Das heißt, wir haben hier einmal diese Laschen, die dann dementsprechend auch von der Größe her verstellbar sind, sodass die Füße hier wirklich fest auf den Pedalen sind. Dann zudem natürlich hier so eine rutschhemmende Fläche, die so ein bisschen strukturiert ist. Das heißt also, man hat hier kein Abrutschen mehr. Man kann die Widerstandsstufen einstellen. Und das Schöne ist, wir gehen mal wieder nach oben. Wir haben hier einen LCD-Trainingscomputer. Und da kann ich dann dementsprechend auch meine wichtigen Infos erfahren, denn wir machen das ja nicht umsonst. Entweder möchte man abnehmen zum Beispiel. Man sagt, ich muss einfach mal wieder ein bisschen was für die Kondition machen. Ich würde ganz gerne abnehmen, die Fettverbrennung mal einläuten. Dann haben Sie hier die Möglichkeit, über Mod zum Beispiel die Kalorien dann sich einmal anzuschauen. Was hat mich jetzt verbrannt? Wie lange bin ich überhaupt gefahren? Du warst aber fleißig. 41 Kilokalorien. 98,9. Oh, wow. Ja, dementsprechend weiß ich zum Beispiel, ja, ich kann mir jetzt die ein oder andere Nascherei zum Beispiel auch noch gönnen, wenn ich möchte. Oder ich belasse es natürlich dabei. Das ist natürlich toll. Jetzt überleg mal, du weißt zum Beispiel, du hast einen Riegel gegessen, er hat 200 Kilokalorien. Dann setze ich mich da drauf und weiß sofort, wann habe ich den wieder abtrainiert. Das ist ja auch toll. So sieht es aus. Liebe Zuschauer, Sie können hier wählen die Zeit, Time, dann Speed. Die Geschwindigkeit, die Sie fahren. Achtung, ich trete mal ordentlich in die Pedale. Dann sehen Sie 3,5, 10,2. Können Sie dann dementsprechend immer sehen, wie schnell Sie gerade unterwegs sind. Die Distanz, die sehen wir hier. Wie weit sind wir gefahren? Wenn ich mir ein Ziel setze, ich möchte für den Frühling endlich wieder mit meinen Enkeln, mit meinen Kindern Fahrrad fahren. Wir haben so eine Strecke, wir fahren immer zum Brunchen oder zum Spielplatz oder wir fahren immer Essen, damit man da auch eine kleine Belohnung zum Beispiel noch hat. Das sind ungefähr 8 Kilometer, die wir da hinfahren. Dann versuche ich dann dementsprechend auf die 8 Kilometer zu kommen oder auch gerne weiter, liebe Zuschauer. Das wird viel, viel Spaß machen, kann ich Ihnen versprechen. Eine ganz, ganz stabile Konstruktion, die wir hier haben. Einmal aus Stahl und aus Kunststoff. Sie sehen das hier gerade einmal schön in der Nahaufnahme. Wir haben hier so Schaumstoffgriffe, ganz, ganz weich, ganz toll gummiert, an denen man sich abstützen kann. An denen man sich festhalten kann, wenn man vielleicht auch mal aus dem Sattel hochgehen möchte, um ein wenig mehr in die Pedale zu treten. Klar kein Problem. Das geht auch. Natürlich geht das. Und zudem haben wir hier ein Rundlaufverhalten, das wirklich sehr, sehr geräuscharm ist. Und das ist einfach sensationell in der Kombination. Alles generell tolles, tolles Training. Und gerade das Konditionstraining ist ja auch fantastisch, zum Beispiel für Personen, die sagen, ich möchte vielleicht auch so ein wenig Alterserscheinungen bevorbeugen. So Demenz zum Beispiel kann ja auch entstehen, wenn das Gehirn nicht mit genügend Sauerstoff die ganze Zeit versorgt wird. Und durch dieses Konditionstraining, das ich mache, versorge ich meinen Körper zum einen mit dem Sauerstoff, den er braucht, auch ans Gehirn, an das Herz, an die ganzen Organe. Und des Weiteren ist natürlich auch die Durchblutung gefördert. Und so hat man einfach ein Herz-Kreislauf-System, das wirklich viel, viel kräftiger und gestärkt wird. Das von zu Hause aus gelenkschonend, sehr, sehr kurz und klein zusammenklappbar und dann wieder sehr platzbar und verstaut, wenn Sie möchten. Mit einem tollen magnetischen Bremssystem, das wirklich keine Geräusche macht, das sehr gelenkschonend ist, das sehr angenehm ist. Dann die Widerstandsstufen, die Sie einstellen können. Das heißt, Sie bestimmen Ihr Training zu Hause. Sie können nichts falsch machen, Sie können aber immer und immer weiter trainieren. Sie werden schnell Erfolge sehen. Und das Schöne ist, dass die Zeit ja auch wie im Flug vergeht, da wir hier den Notebook-Tablet-Halter bis 14 Zoll haben. Richtig. Oder man stellt sich das gleich direkt vor den Fernseher und kann dann seine Lieblingsserie schauen, die Nachrichten vielleicht. Es ist wirklich so genial, weil das steht bei Ihnen zu Hause. Das heißt, Sie können das immer dann benutzen, wann Sie das benutzen möchten. Sie sind auf keine Öffnungszeiten im Fitnessstudio angewiesen. Sie benutzen dieses Gerät ganz, ganz alleine. Und bei mir war das so ein Alarmzeichen, als ich das erste Mal wieder nach längerem nicht mehr den Fahrstuhl benutzt habe, weil der war kaputt. Ich musste die Treppe benutzen und da habe ich gemerkt, ich bin ganz schön aus der Puste. Und da war das für mich so das Zeichen, ich muss ein bisschen mehr für meine Ausdauer machen. Und deswegen steht dieses Gerät momentan bei mir zu Hause und ich will es nicht mehr hergeben. Ich meine, es ist wirklich sensationell schön, wenn man dann wirklich wieder merkt, oh, ich kann wieder Treppen steigen, ohne dass ich sofort aus der Puste bin. Das ist natürlich toll. Und wie gesagt, nicht nur Ausdauertraining. Sie fördern dann damit natürlich auch die Beinmuskulatur, dass die schön gestrafft wird. Und jetzt, wo es endlich wieder wärmer wird, dann wird ja auch so die Kleidung ein bisschen knapper, ne? Da kann man das auch schon mal benutzen. Absolut. Man fühlt sich wieder gut in seinem eigenen Körper und man vergisst und verlässt auch so ein bisschen die Wintermüdigkeit. Gerade im Winter, da möchte man nicht vor die Haustür gehen. Das Wetter ist schlecht zum Beispiel. Man möchte sich aber trotzdem fit für den Frühling und für den Sommer machen. Und liebe Zuschauer, dafür ist dieser Schwungmaster Heimtrainer einfach perfekt. Wir zeigen Ihnen hier gerade noch einmal das Display und das ist wirklich fantastisch, denn Sie haben hier nur einen Knopf zur Bedienung. Das heißt, man kann hier nichts falsch machen und kann dann hier aus den verschiedenen 106 Kilokalorien, liebe Anne-Kathrin, ich bin stolz auf mich. Ich bin mit dir neidisch. Also das ist aber auch einfach von der Handhabung her, ne? Ist ja nur der eine Knopf vom Prinzip, oder? Das ist super einfach. Und hier sehe ich dann dementsprechend alle verschiedenen Einstellungen. Die Zeit, die ich fahre. Dann, zudem, wenn ich möchte, natürlich auch die Geschwindigkeit. Die sehe ich jetzt, Achtung, bei Null haben wir jetzt angefangen, jetzt radle ich mal ordentlich, dann sehe ich, wie schnell ich unterwegs bin. Wenn man sich vielleicht die Geschwindigkeit als Ziel setzt, auch kein Problem. Dann die Distanz. 7,1 Kilometer haben wir bisher geschafft. Also ich bin wirklich stolz auf mich an dieser Stelle. Und dann noch weitere, weitere Informationen. Die Kilokalorien, die wir verbrannt haben, zum Beispiel 106,5, das ist wirklich sensationell. Und das Gerät ist so klein und kompakt und das möchten wir Ihnen gleich auch nochmal zeigen, wie toll man das einfach zusammenklappen kann. Und das ist ein Produkt, wo man wirklich auch stolz auf sich ist und Sie werden auch stolz auf sich sein. Ja, absolut. Ich meine, für den Preis, schauen Sie mal, 139,90 Euro, wie schnell dieses Gerät auch bei Ihnen dann ist. Es wird Ihnen geliefert bis vor die Haustür. Sie müssen nicht mehr ins Fitnessstudio. Sie müssen nicht schauen, wie sind die Öffnungszeiten vom Fitnessstudio. Sie müssen nicht schauen, wie komme ich überhaupt erstmal ins Fitnessstudio. Was ich persönlich auch dort nicht mag, dass man immer so angeschaut wird. Hier, mit diesem Gerät sind Sie für sich alleine anonym. Sie können trainieren, ob das jetzt in Jogginghose ist oder natürlich in der anderen Hose. Im Pyjama, im Schlammerzug, gar kein Problem. Es ist einfach wichtig, diese Regelmäßigkeit. Man kann ja sagen, am Anfang trainiere ich 10 Minuten, ich fange es mal klein an. Später steigere ich mich dann immer mal so ein halbes Stündchen. Dann pausiere ich mal wieder einen Tag. Das können Sie entscheiden, wie Sie das wollen. Hauptsache, Sie packen es an. Vielleicht zusammen mit Ihrem Partner. Sagen Sie, komm Schatz, diesen Sommer, da wollen wir einfach wieder fit sein. Da wollen wir ein bisschen was für unsere Gesundheit tun. Denn es geht hier nicht nur rein um das Thema Abnehmen. Es ist natürlich auch so ein bisschen was für die Gesundheit. Ich glaube, die steht im Fokus hier. Die steht im Fokus, da hast du recht. Und für 139,90 Euro, wie gesagt, die TV-Sonderpreismenge ist derzeit ausverkauft. Weil so viele hier bereits schon zugeschlagen haben. Und ich kann es auch verstehen. Weil es ist ein Gerät, was einfach zusammengeklappt ist und auch einfach verständlich ist. Das stimmt. Hier kann man gar nichts falsch machen. Man trainiert Gelenkschunden, man sieht die Erfolge. Sie werden stolz auf sich sein, wirklich. Und Sie werden es merken, wie gut es Ihrem Körper tut. Wie toll das ist, die Treppen hochzulaufen, ohne aus der Puste zu kommen. Spazieren gehen zu können, mit den Kindern, mit den Enkeln, Rad zu fahren. Sie werden stolz auf sich sein. Und das ist ein sensationeller Preis für einen Schwung-Masse-Heimtrainer, der absoluten Extra-Klasse, der klein und kompakt perfekt für die Wohnung ist. NX 72, 52 und die 569 für unseren Schwung-Masse-Heimtrainer. Und wie gesagt, auf Wunsch dann auch gerne, dass Sie hier noch ein Tablet anschließen. Aber ich meine, man sagt ja immer, Sport ist Mord. Aber wenn man dann solche tollen Geräte hat, dann werden Sie wirklich merken, wie das Spaß macht wieder. Wie man nicht gezwungen ist, etwas zu machen. Und erst, wenn etwas Spaß macht, dann hält man das auch über einen längeren Zeitraum durch. Und unser nächstes Modell nenne ich einfach mal das Modell Ralf. Der hat sich das nämlich nach Hause geholt. Der hat da drauf ein Jahr trainiert. Er hat 30 Kilo abgenommen. 30 Kilo, ganz ohne Jojo-Effekt. Und wissen Sie, was das Besondere ist? Der Ralf, der ist ja auch mit uns den ganzen Tag hier, 5 Tage die Woche. Was will man da sagen? Da hat man einfach keine Zeit mehr, sich noch ins Fitnessstudio nach der Arbeit zu begeben. Da hat man einfach keine Lust zu dieser innere Schweinehund. Wissen Sie, was das Besondere an dieser Vibrationsplatte ist? 10 Minuten täglich reichen hier vollkommen aus. Ist das nicht genial? 10 Minuten täglich? Das ist sensationell, liebe Zuschauer. Wir durften Ihnen jetzt gerade einen Schwung-Masse-Heimtrainer zeigen. Das ist natürlich toll für all die Personen, die gerne Fahrrad fahren. Die sagen, ich möchte die Kondition wieder aufbauen. Für all die, die aber sagen, es soll schnell gehen. Und ich möchte auch Muskulatur haben, die mich stärkt. Nicht nur in den Beinen, sondern im gesamten Körper. Ist das wirklich absolut perfekt. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Und danach werden wir Ihnen erklären, wie das auf Sie und auf Ihre Muskulatur wirkt. Wir haben den Vibrationstrainer. Hier übrigens unser Bestseller-Modell. Das beliebteste überhaupt. Sehr, sehr verständlich. Warum? Ich zeige Ihnen mal das Display. Wir haben hier zwei verschiedene Möglichkeiten zu trainieren. Kombiniert oder einzeln. Zum einen die Vibration. Wir sprechen ja von einem Vibrationstrainer, die ich hier einschalten kann. Und dann auf Plus und Minus von der Intensität variiere. Ich stelle die jetzt mal hoch. Achtung, wir gehen auf 15 oder wir gehen mal auf 10. Und dann haben wir hier dementsprechend vom Blick her erstmal nichts. Achtung, schauen Sie sich das mal an. Wir sehen hier nichts. Die Vibrationsplatte bewegt sich für das bloße Auge eigentlich nicht. Wenn ich jetzt allerdings eine Flasche Wasser drauf stelle, dann sehen Sie ganz toll, wie die Vibration hier eigentlich in der Platte ist. Und wie die jetzt durch das Wasser hier verkörpert und veranschaulicht wird. Das sieht man erst gar nicht. Kann ich mir das eigentlich so ein bisschen vorstellen, als würde ich auf Kopfsteinpflaster laufen. Da versucht man ja, diesen Unebenheiten auch auszugleichen. Da kommen wir jetzt zu dem zweiten Aspekt. Das ist jetzt die reine Vibration. Und jetzt richtig, wie du sagst, das ist bei diesem Modell ganz entscheidend, dass wir hier noch eine zweite Möglichkeit haben, nämlich die Fitnessfunktion. Und da schwingt der Vibrationstrainer von links nach rechts in immer kürzeren Abständen, wenn Sie möchten. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, auf 1 erst mal klein zu beginnen und dann auf Plus und Minus aus 15 Frequenzen auszuwählen. Das heißt, ich kann das auch unabhängig, also ich könnte jetzt hier zum Beispiel das auch auf Minus stellen und kann dann nur die Vibration laufen lassen? Ja. Ach, das ist ja genial. Entweder einzeln oder kombiniert, gar kein Problem. Und das ist das, was du angesprochen hast. Das imitiert einfach die Bewegungen beziehungsweise das Gehen auf unebenem Boden, auf Kopfsteinpflaster zum Beispiel. Wenn der Boden nicht eben ist, dadurch bekommen wir die Koordination, die Stabilität in unserem Körper. Denn diese Vibration, liebe Zuschauer, gepaart mit diesen Schwingungen von links nach rechts, das trainiert auch Ihre Tiefenmuskulatur. Wir haben aktive Muskulatur und Tiefenmuskulatur. Die aktive haben wir, um uns zu setzen, um zu gehen, wie bei Übungen, die wir gerade machen. Das sehen wir bei der lieben Diana. Und die Tiefenmuskulatur, die stabilisiert uns. Und das Schöne ist, hier wird beides trainiert innerhalb von 10 Minuten. Und das Tolle ist, dass das absolut jeder machen kann. Ganz egal, ob ich blutiger Anfänger bin, ob ich Monate, jahrelang nichts mehr gemacht habe. Vielleicht zusätzlich zu meinem Spazierengehen, zu meinem Nordic Walking den Muskelaufbau haben möchte. Oder sogar die Profisportler benutzen dieses Gerät. Ja, das stimmt. Sie sehen jetzt hier verschiedenste Übungen. Die kann man machen, wenn man jetzt schon ein bisschen fortgeschritten ist. Allerdings, wir zeigen, oder Vivian zeigt Ihnen jetzt mal, was Sie eigentlich, was vollkommen ausreicht. Einfach nur draufstellen. Und allein das baut im ganzen Körper Muskeln auf. Ob das die Waden sind, die Oberschenkel, Bauch, Beine, Po, Rücken. Egal wo. Einfach nur draufstellen. Und das ist ja das Sensationelle, dass ich mit so wenig Kraftaufwand und Zeitaufwand wie möglich so viel trainieren kann. Weil überlegen Sie mal, im Fitnessstudio, da hat man immer ein Gerät für den Bauch, eins für den Rücken, eins für die Schultern. Und hier habe ich ein einziges Gerät, was wirklich aller Muskelgruppen anspricht. Und wenn wir hier gleich zurück im Studio sind, stellen Sie sich mal bitte die Frage, ob das, was Vivian jetzt hier macht, anstrengend aussieht. Also ich bin der Meinung, dass es überhaupt nicht anstrengend aussieht. Und es ist auch nicht anstrengend. Und das ist einfach das Schöne beim Vibrationstraining. Das könnte man auch zittern, bis das Fett schmilzt nennen. Oder auch ein bisschen Sport für Faulpelze, wenn man nicht viel machen möchte. Liebe Zuschauer, die Grundposition. Einfach draufstellen. Schulter breit, Sie stehen, gehen Sie ganz leicht in die Knie. Das war's. Man muss es nicht machen. Nein, man muss es nicht machen. Und das sieht man jetzt ganz schön. Wir haben von unten, das haben wir Ihnen gerade eben beim Wasser mal gezeigt, wir haben jetzt von unten die Vibration und die Schwingung, die durch meine Fußsohle hoch an die Waden, an den Bein-Bizeps, an den Bein-Oberschenkel geht. Dann hoch in den Po hinein. Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur wird durch dieses einfache Stehen hier trainiert. Und liebe Zuschauer, gehen wir mal weiter hoch. Sehen wir hier, dass sogar durch dieses einfache Stehen meine Arme trainiert werden. Denn sogar diese zittern hier, das heißt also wirklich durch einfaches Stehen, haben wir hier ein Ganzkörper-Workout. Und das macht diesen Vibrationstrainer so besonders. Also, wenn Sie jetzt sagen, ich habe lange nichts mehr gemacht, Monate, jahrelang zum Beispiel, ich möchte nicht in ein Fitnessstudio gehen, Anne-Kathrin hat recht, da schauen die Leute einen komisch an, da muss man so viel Zeit investieren. Und da hat man auch Angst, dass man was falsch macht zum Beispiel. Und vor allem, in welches soll man überhaupt gehen? Lassen Sie das komplett weg. Holen Sie sich hier dieses Vibrationstraining, dieses Fitnessstudio direkt nach Hause. Stellen Sie sich hier drauf, in Ihrer Pyjama, in Ihren Socken, barfuß, in einem einfachen T-Shirt zum Beispiel. Und trainieren Sie innerhalb von 10 Minuten täglich hier zu Ihrem Traumkörper. Sie werden gesund, Sie werden aktiv, Sie werden fit, Sie werden sich gut fühlen und auch dementsprechend dann die Veränderungen an Ihrem Körper wahrnehmen können. Und das Schöne ist, auch wenn Sie jetzt wirklich lang nichts mehr gemacht haben, Sie können hier nichts falsch machen. Sie bekommen eine Anleitung mit allen Übungen, zum Beispiel für andere Regionen noch. Man kann sich auf den Vibrationstrainer zum Beispiel auch drauf setzen, wenn man möchte. Mit den Armen abstützen. Werden Sie alles sehen in der Beschreibung. Ich kann meine Muskeln danach auch lockern und dehnen? Man kann die lockern und dehnen oder spezifisch dann bestimmte Gruppen, Muskelgruppen ansprechen und trainieren. Das zeigen wir Ihnen jetzt auch gleich gerne hier nochmal. Hier sehen wir gerade einmal die Lockerung. ganz einfach den Vibrationstrainer mal vor die Couch geschoben, Füße draufgelegt und los geht's. Und so werden dann die Beine gelockert. Auch das kennt man von den Profisportlern, von den Fußballern, die in der Pause von dem Spiel immer die Beine wieder ausgelockert bekommen, damit sie weitergehen können. Und wie das Ganze funktioniert, ist super einfach. Der Körper wird durch die ständige Vibration aus dem Gleichgewicht gebracht. Und der Körper setzt unbewusst Muskelkontraktionen ein, um das Gleichgewicht wieder zu erlangen. Das heißt, der Körper wehrt sich gegen diese Bewegung. Der wehrt sich gegen die Vibrationsplatte und muss dann dementsprechend diese Muskeln benutzen, um sich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und liebe Zuschauer, Sie profitieren davon. Innerhalb von zehn Minuten ein tolles Workout, bei dem Sie nichts falsch machen können, das super gelenkschonend ist, das einfach toll ist für jedermann, ganz egal, ob jung oder alt. Das erzählt der Ralf ja auch immer gerne. Ja, die Expander, die wir hier gerade gesehen haben, werden die mitgeliefert? Die werden mitgeliefert. In dem Preis mit drin? Ja. Ach, das sind die hier. Das sind die hier. Wow, warte, ich gebe, oder so? Ach, danke schön. Ach, das ist ja klasse. Die kommen mit dazu. Die kann ich entweder benutzen, um einen festen Stand zu haben, um mich einfach festzuhalten. Okay, das geht auch, ja. Die sind auch schön hier gummiert, aus so einem tollen Schaumstoff, mit so einem elastischen Band. Die kann ich aber, und das haben Sie vielleicht gerade auch schon gesehen, noch zusätzlich benutzen, um die Armmuskulatur noch ein wenig weiter zu trainieren, während ich ganz einfach auf dem Vibrationstrainer stehe. Und das alles für 237,41 Euro. Das ist ein Knallerpreis. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Es gibt ja auch Fitnessstudios, die bieten Vibrationstraining an. Das muss man allerdings, und das habe ich wirklich selbst gemerkt, man muss das zu seinem Vertrag noch zusätzlich dazu buchen. Das heißt, das ist richtig teuer normalerweise. Und diese tolle Vibrationsplatte, die könnte demnächst bei Ihnen zu Hause stehen. Und wenn man sich die Platte mal anschaut, die ist so flach. Die passt unter das Sofa, die passt unter den Tisch, die passt unter den Schrank, die passt hinter die Tür, die passt überall hin. Also so ein kleines, kompaktes Gerät, aber das ist so ein richtiger Alleskönner. Und das sehen wir hier jetzt auch mal gleich, wie schnell das auch wirklich unterm Bett später verschwunden ist. Das ist ein absoluter Alleskönner, und der klein und flach ist Fernbedienung, wird Ihnen mitgeliefert. Schau mal, weg, zack, schweck, weg. Sie brauchen sich nicht bücken, um jedes Mal dann dementsprechend die Intensitäten zu variieren. Beginnen Sie langsam, wärmen Sie Ihren Körper auf, die ersten ein, zwei Minuten Ihres Trainings, danach geben Sie was Vollgas und dann wieder die letzten ein bis zwei Minuten gerne ausklingen lassen, auf einer leichten Stufe ausvibrieren, ausschwingen lassen. Liebe Zuschauer, Sie bekommen die Fernbedienung mit, da haben Sie dann die Möglichkeit, dementsprechend den Vibrationstrainer direkt vom Stehen aus zu bedienen. Ich habe jetzt gerade eine Lockerungsübung, ich setze mich einfach auf den Vibrationstrainer. Und da kommen wir zu einem weiteren großen Punkt. Viele, viele Deutsche, viele Menschen sagen einfach, Rücken, das ist das größte Problem. Volkskrankheit Nummer eins ist einfach der Rücken. Bandscheibenvorfälle zum Beispiel. Generell, dass der Rücken einfach wehtut, dass die Muskulatur verspannt ist. Oder gerade auch Damen, die vielleicht auch ein bisschen mehr Oberweite haben, merken einfach, dass das wehtut im Rücken. Dass man automatisch verspannt, weil man zu viel Gewicht trägt. Und liebe Zuschauer, hier trainieren Sie mit dem einfachen Sitzen, und das zeige ich Ihnen jetzt gerne auch noch mal von der Seite, mit dem einfachen Sitzen trainieren Sie hier Ihre Rückenmuskulatur und die Tiefenmuskulatur. Und das werden Sie wirklich merken. Sie werden merken, wie der Rücken einfach gestärkt wird. In der Physiotherapie von Ärzten wird das wirklich empfohlen, wenn du gehst und sagst, ich habe Schmerzen, mir tut alles weh, ich habe vielleicht auch schon ein oder zwei Probleme mit dem Rücken. Dann wird gesagt, stabilisieren Sie und kräftigen Sie doch bitte die Rückenmuskulatur. Und das machen Sie hier mit einfachen Sitzen, mit einfachsten Übungen und sehr, sehr effektiv. Sodass Sie merken, dass Sie vielleicht auch schmerzfrei bald durch Ihr Leben gehen, dass Sie Ihren Traumkörper bekommen, dass Sie Muskulatur aufbauen. Der Stoffwechsel wird angekurbelt. Sie werden abnehmen, wenn Sie möchten. Und dann dementsprechend natürlich auch fit und aktiv werden. Und ich glaube, das sind alles Punkte, die sprechen einfach für dieses Gerät. Es ist super einfach. Zehn Minuten am Tag reichen aus. Das kann jedermann machen. Und hier macht man absolut gar nichts falsch. Also ich meine, zehn Minuten auf diesen Vibrationstrainer entsprechen ja einem 90-minütigen Workout im Fitnessstudio. Und wenn ich dann die Wahl habe, ist ja klar, dass ich dann lieber zehn Minuten trainiere als 90 Minuten. Und so viele haben wirklich gesagt, die stellen sich das direkt vor den Fernseher und können dann währenddessen Sie meinetwegen die Tagesschau schauen, dann auch hier Sport machen. Und es ist nicht anstrengend. Und es macht vor allen Dingen Spaß. Und eben, wenn etwas Spaß macht, dann hält man das wirklich für einen langen Zeitraum auch durch. Und das ist ganz wichtig. Egal, was Sie machen. Egal, was Sie anpacken im alltäglichen Leben. Es soll Spaß machen. Und hiermit trainiert man wirklich voller Freude. Man freut sich jeden Tag, dass man sich dann auf diesen Vibrationstrainer stellen kann. Und wann man das macht, ist ja egal. Ob ich das jetzt direkt nach dem Aufstehen mache, um den Kreislauf anzukurbeln oder in der Mittagspause oder kurz bevor Sie zu Bett gehen. Das ist Ihnen überlassen. Und wenn Sie mal sagen, ein Tag heute Pause, dann können Sie das auch machen. Hauptsache ist, dass man das so ein bisschen regelmäßig macht. Da hat Anne-Kathrin zu 100% recht. Liebe Zuschauer, ich stehe jetzt schon ein paar Minuten hier drauf. Und Sie hören das vielleicht, ich bin nicht mal außer Puste. Und das ist wirklich fantastisch. Denn so einfach, so schnell, so effektiv ging das Workout noch nie. Ganz egal, ob Sie sich für den Vibrationstrainer entscheiden oder für den Schwung im Masterheimtrainer. Wir können Ihnen wirklich an dieser Stelle gratulieren. Wir hoffen, dass Sie jetzt sagen, okay, ich glaube, mit diesen Produkten wird es einfach Zeit, jetzt mal den inneren Schweinehund zu bekämpfen und wieder gesund und aktiv durch Leben zu gehen. Überwinden Sie Ihren inneren Schweinehund und bestellen Sie sich die NX1104 und die 569 nach Hause. Trainieren Sie mit Ihrem Partner, zusammen oder mit einer besten Freundin. Sie werden merken, wie viel Spaß Sport plötzlich wieder macht. Also greifen Sie zu, rufen Sie uns an. 0180 51 51 und dreimal die zwei. Viel Spaß.